Hallo, wir sind hier am Karleberg. Ich will euch mal zeigen, welchen Haken ich hier festziehen musste. Und ihr achtet bitte darauf, wie sich das so entwickelt. Auf der Westseite des Karleberg, hier unterm Überhang, genau in der Mitte, da ist die Spur des Falken, der Falk Melon so genannt, der hier prima mitgeholfen hat beim Bau. Und da ist oben zwischen den beiden Ringen. Ich gehe da mal hin. Da, ein Haken und da hat sich die Hakenlasche etwas gedreht vor einigen Tagen. Ich habe die mal festgezogen und ihr könnt die ja bitte mit dem Auge behalten, wenn ihr die Spur des Falken hochklettert, zwischen den beiden Ringen und dann weiter geht zum Ausstieg. Viel Spaß beim Klettern.